Wenn wir hart arbeiten, dann können wir das, was war, vergessen. Hoffe ich. Hoffe ich jedenfalls, dass wir das dann vergessen können. Das Schlimmste ist, wenn mir jemand unter den Händen wegstirbt. Leben ist sterben. Der Doktor. Herr Sand. Mikrobel! Ich finde, er ist völlig anders wie alle, die ich kenne. Alle sind meine Freunde. Wenn man gewohnt ist, in einem großen Haushalt zu leben, dann ist das hier schon sehr hart. Alle sind meine Freunde. Ich sage Ihnen, alt werden ist nichts für Schwächlinger. Schauen Sie sich doch mal diese lächerlichen Gestalten an. Alle langweilen sich, vergeuden ihre Jugend. Ich sage Ihnen mal was. Man muss ein Werk schaffen. Ja, ein Werk schaffen. Ein Werkstatt. Untertitelung. Vielen Dank.